Achtung, um die Füße. Polken sind meistens Füße. Du Trottel. Was ist denn? Was ist denn? Film bitte. Ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Jetzt müssen wir. Ja, bis ich mit Gewalt schieße, gell? Ja, noch mehr Gewalt. Na, siehst mal, wie das geht. Gell, Frö? Jetzt wird eingeloggt. Ja, die Rückwand kannst du jetzt auch noch rufen. Hol den Läger, sieh doch. Oh Mann, Alter. Ich muss echt auch was sagen, wenn ich dich bin. Ja, warst du halt nur richtig. Ja, ich weiß. Die Rückwand würde ich auch noch rausmachen, sonst habt ihr ein Problem mit dem Kabel. Die Rückwand. Ja. Einmal dagegen treten. Oder die Rückwand. Die Rückwand. Das macht Stoß. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Tiefe gasparen. Warte mal. Die Rückwand. Warte mal schieben Wenn der da nicht komplett leer ist, dann tust du schon den vollen drauf, dann verzieht sich der hier her Ach du bist so ein Labersack! Mach so! Das geht schon so! Okay, das geht so. Man muss sich da nicht so schwer machen, aber auch Ja, den bist du alle gekommen Ja, was wollt ihr denn? Jetzt den Schrank drauf darstellen! Ähm, drauf, drauf, runter, drauf Freddy, komm mal her Hett mal das vorne mit hoch Ach, grad, ich esse gerade auf einmal Geht jetzt auf einmal Geht jetzt auf einmal Oh, unsere Mann hat zwei Tage jüngst im Haus Ja, du musstest festhalten, du musst vorne weiter hoch und alle müssen Ah, die dreht so vorne? Äh, warte jetzt noch Muss ich noch eine? Mhm Ooooooh Ähm Das ist denn? Freddy! Jetzt mach du das mal, den Trainer, kipp mal weg Ja Du musst das vorne hoch nutzen Ja, das ist denn? Was muss ich vorne hoch? Erst ist denn? Ja und jetzt schieben rein Okay, doch Was ist wunderschön noch kalt, ne? Also, das ist es denn? ich bin noch nicht alt aber ich hab noch nie so was gerade gesehen das Bisschen da her das muss erst mal hinschieben wir haben hier Dekker da können wir damit was machen unterlegen das ist der letzte der letzte da hab ich ja man täuscht lieber sich A der Kühlschrankschräger oder B der Schrankkraft und 990 B jetzt kommt der wieder so ich glaub der ist ja gar noch falsch ich glaub der ist ja gar noch falsch ich glaub der ist ja gar noch falsch die ist ja jetzt bei Elena hey passt auch da nicht ein Fuchser hin wie ein Fuchser hin? hat er das Maße? ja jetzt ich glaub der ist übel ja den hauen wir nachher raus ich mach das jetzt nicht ja dann hat er seine Nummer untergeschrieben hahaha hahaha ja den hauen wir nachher raus Paul, geh mal aus der Optik hast du Optik? ist egal, das war einfach bloß jetzt tun wir den da rein ja ja? naja ja 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 ich sag noch jetzt ruhig die Kamera ja hab ich schon ja aber ich hab gedacht ich hab die Kamera in den Koki mal weg aber ja ich hab auch den ja, das passt irgendwie nicht oder nicht ich glaub dir ist gewachsen ja ne, auf der Fang halt irgendwie das Lightboard ja, das passt ich bin drin ich bin drin Moment, Moment warum ist Timo? warum ist Timo? sind wir auch drin? ja so ungefähr wenn du das guckst wenn du das gerne und das fiehst umh 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 ne, das ist ernst gehts oder? ja, das ist alles 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 das ist alles kassi, ne, kassi, ne das wird ein Stecker ich weine thirst andere die deutsch items gar nichts ich lieg im Bett irgendwas ne ich lieg im Bett im Bett und spiel es ist kaputt hör das istaltro nun beim Hier, meine Uhr aus, der alles komplett aus. Hä? Deine Uhr geht's über den Strom. Ja, weil die so einen komischen Dickenleuchter hat. Ähm, irgendwas raus. Deswegen bin ich halt vorhin rausgekommen. Das hat mein Wetter nicht funktioniert. Ja ne, es war bloß Freddy in meinem Zimmer. Es war bloß Freddy in meinem Zimmer. Hahaha. Hahaha.